Wenn ich meinen Text verändern will, klicke ich auf den Text, dann klicke ich auf das I und dann kann ich hier die Schriftgröße ändern, indem ich hier das größer oder kleiner mache. So gefällt mir das gut. Wenn ich die Schrift ändern will, drücke ich auf hier. Dann kann ich mir eine andere Schrift dort aussuchen. Ich nehme jetzt mal hier eine Schreibschrift. Wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich auf Zurück.